Vorteile von Pilates Kennst du die Auswirkungen von Pilates auf die körperliche und geistige Gesundheit? Hier sind die Vorteile, die beweisen, dass Pilates mehr als nur eine Übung ist. 1. Senkt Blutdruck und Cholesterinspiegel Es ist eine großartige, nicht-medikamentöse Behandlung für hohen Blutdruck, weil es deinen Blutfluss beschleunigt, indem es die Flexibilität erhöht. Es hilft dem Blut in deinem Körper, richtig zu den Muskeln, Organen und Knochen zu gelangen. Es hilft auch, deinen Cholesterinspiegel zu senken, indem es dein Körperfett reduziert. Anti-Aging-Effekt Wie viele andere Trainingsformen hilft auch Pilates bei der Freisetzung von Anti-Aging und Stressabbau-Chemikalien namens Endorphinen. 3. Verbessert die Körperhaltung Es dehnt deine Muskeln und verbessert die Flexibilität. Es verbessert deine Körperhaltung und hilft dir, die maximale Verbesserung zu erreichen. 4. Erleichtert Wehen und Geburt Laut dem National Center for Biotechnology stärkt regelmäßiges Pilates während und nach der Schwangerschaft die Beckenmuskulatur, erleichtert dir die Geburt und hilft, zu deiner Form vor der Schwangerschaft zurückzukehren. 5. Eine großartige Übung, die alle deine Muskeln trainiert Im Gegensatz zu anderen Übungen trifft es alle Muskelgruppen in deinem Körper gleichzeitig und fast gleichmäßig. Um die Vorteile von Pilates zu sehen, baue bis zu 3 Tage pro Woche 50 Minuten Training in deinen Tagesablauf ein und bemerke die Veränderung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017